Guten Abend beim Wetter. Am Sonntag wird es sehr stürmisch und es bleibt auch noch vorerst sehr kühl. Das Wetter morgen am Samstag. Am freundlichsten ist es im Süden und im Westen vom Flachgau bis ins Burgenland. Da ist es die meiste Zeit bewölkt und am Vormittag regnet es hier. Zudem ist es auch hier sehr windig und es bleibt auch morgen relativ kühl. Die Werte liegen am Nachmittag bei 7 bis 15 Grad. Am Sonntag kommt dann die nächste Kaltfront. Sturmwarnung im Flachland, 110 kmh. Auf den Bergen sind Orkanböen um die 150 kmh. Möglichst zudem regnet es entlang der Alpen-Nordseite. Und es bleibt weiterhin kühl. Die Werte liegen durchschnittlich um 12 Grad. Der 15-Tage-Trend für Linz zeigt uns, ja, bis zum Wochenbeginn bleibt es noch relativ kühl. Erst ab Allerheiligen wird es dann auch heute aus heutiger Sicht eine Spur milder. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.